Sie war selber überrascht über die Zeit. In der letzten Runde war ich pink, aber dann habe ich einen Fehler gemacht. Willkommen beim heutigen Event hier im australischen Bar First. Da gibt es so viele Kurven, die du nicht einnehmen kannst. Also, so, 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 so. Der ist steil und erhöhnt mit einem Sprint zurück nach unten auf die Gerade. Die Kurve 20 ist in der Hundebaden und die Kurve 21 bremsen ohne auszubrechen. Dann dürfte dieses Rennen für unsere Fahrer ziemlich... Ja, das war echt cool. Die Kurve, die man nicht einsehen kann, der war gut. Hey, Blitzkrieg, fahren wir dann einmal hier vorbei. Weil ich warte, ob man das sehen kann. Ich bin nicht wundern. Also, von der Grafik haben sie den F1 super hingekriegt, finde ich. Naja, bis auf die Lampen vorne in der Mitte. Wenn es nicht wundern, wenn es nicht wundern will, ist es. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich fahre, ich muss ja lernen. Das war jetzt aber lustig. Ich habe die Wand gebrochen. Man hätte auch langsam machen können, anstatt sich da rein zu quetschen. Ja, ja, schön recht. Ich habe die Wand gebrochen. Ich habe die Wand gebrochen. Ich habe die Wand gebrochen.